Der Fabia-Challenge, selbst der Bärisch-Champion hat gewonnen sein Auto. Challenge Nummer 1 Start & Stop Für hier in der nächsten Challenge treten die zwei Willis-Profis, Bob Jüngel, Sala und die Degenehnen, für zu wissen, wen am besten in Uffuren erbremsen kann. Es geht darum, erst im Stand zu sehr viel mäßig zu beschleunigen und dann als 1 Stunde in einer Zone von 3 m stehen zu bleiben. Fairplayer sind sie so gut. Die Lashkaia, wo ich Manuel gefurte, war für meinen Führerscheinsexamen. Das hat sie vier Jahre hier. Wenn sie denken, werde ich heute gut fortkommen. Darum, den Park hat ich fertig gemacht. Ja, ich komme sowieso nicht fort. Das hat sie eingefallen. Das reicht! Das ist das Neue. Heyo, der Dorotty gewinnt das nächste Challenge. Ahhhh! Dein Depart, der war ja wirklich top. Ja, ja, ja. Bei den nächsten Teil haben wir das gut gemacht. Gott sei Dank. Die nächste aus dem Weg. Und der Bob, heute verrückten Ersatz zu erfüllen. Ersatz Nummer 1, Kanna-Velo. Mifo, du schüsst Klänge-Velo, größe Sportler. Verpasst ab KV, den Ersatz von Bob Jungels, den nenkt der Juni ab Facebook. Skoda. Simply clever.